Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Es geht weiter mit den Recaps. Mann, habe ich mich gefreut. Und ich darf es wieder sein, euer Sam. Und ich habe im Gepäck natürlich mein Kompagnon bei den Marvel Recaps, wie immer, den Patrick. Servus, Patrick. Auf, auf und davon. Genau. Und zu unseren ersten zwei Folgen haben wir natürlich auch einen Gast, wie wir es schon gewohnt sind. Und da begrüßen wir heute den Christopher. Servus, Christopher. Wer braucht Pfeil und Bogen, wenn er Kopfhörer und Mikro hat? Ja, genau. So sieht es aus. Gleich von vornherein möchte ich eine Spoiler-Warnung raushauen. Wir spoilern natürlich, wie gehabt, in unseren Recaps. Also wir gehen natürlich die einzelnen Folgen auf jede Szene oder nicht unbedingt auf jede Szene, aber auf die größten Szenen gehen wir auch auf ein. Und dementsprechend wird auch gespoilert. Also bitte erst die Serie sehen oder anschauen und dann uns hören. Genau. Somit seid ihr gewarnt. Außer es ist Paul. Der hört es vorher. Der hört es sowieso immer vorher, genau. Gut, ich mache es so, wie wir es immer gehabt haben bisher bei unseren Recaps. Ich möchte erst mal im Allgemeinen wissen von euch zwei, wie fandet ihr die zwei Folgen, ohne jetzt direkt auf irgendeine Szene drauf zu gehen, sondern so allgemein, oberflächlich. Wie fandet ihr die zwei Folgen? Und wir fangen mal wieder, wie immer, mit dem Gast an. Christopher, wie fandest du die zwei Folgen? Die erste Folge hat für mich stark angefangen, weil sie eine sehr gute Charaktereinführung geboten hat. Die zweite Folge hat dann inhaltlich ein bisschen geschwächelt. Also die zweite Folge teilt sich ja in zwei Storylines. Und das schon mal vorweg gesagt, da fand ich eine deutlich besser als die andere. Okay. Patrick, wie sieht es da bei dir aus? Ich fand die erste Folge richtig gelungen. Und bei der zweiten gab es halt wirklich so Momente, da ist eher für mich so Big Bang Theory Humor durchgeschimmert. Aber da werde ich auch später drauf eingehen. Ich weiß genau, was du meinst. Wir haben das gleiche Problem. Ja, ja. Und ich weiß auch, ich denke auch, glaube ich, welche Szene du meinst. Aber wie gesagt, da kommen wir später mit sie jetzt drauf zu sprechen. Ja, ich muss sagen, ich fand es schön, dass hier auch mal, also gerade bei der ersten Folge, eine andere Sichtweise auf die Erlebnisse im Jahr 2012 stattgefunden hat. Man hat natürlich immer nur dieses Szenastische aus den Avengers gesehen, wie Chitauri New York angegriffen hat. Und jetzt sieht man es halt mal aus der Sicht von einem Bewohner von New York. Und genau da startet nämlich die erste Folge. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein in die erste Folge. Wir sind nämlich hier im Jahr 2012, wie gesagt, in New York, wo die Chitauri New York angreifen. Aber sie greifen nicht direkt an, sondern erst sehen wir, wie die Eltern sich streiten und Kate belauscht die zwei Eltern im zarten Alter von Lasse 10 sein. Was schätzt ihr? Ja, Lasse mal 12, 13 sein, dass sie dann zum Start ihrer Hauptstoryline dann ungefähr 23 ist, also gerade so die Volljährigkeit überschritten hat. Stimmt, in der zweiten Folge sagt sie ja irgendwas noch von wegen 21 oder 22. Ja, genau, stimmt. Ja, dann passt 12 natürlich besser, richtig. Ja, das kommt hin. Wobei sie ja auch immer den schönen Trick anwenden, keine genaue Jahreszahl zu nennen, sondern später einfach schreiben Present Day, um sich da nicht festnageln zu lassen. Richtig, richtig. Auf jeden Fall sehen wir, die zwei Eltern streiten. Es geht wohl um Geldprobleme, weil sie möchten dieses Penthouse verkaufen, in dem sie wohnen. Also sie müssen auch schon allein, wenn man in New York ein Penthouse hat, müssen die ja schon sehr wohlhabend sein, beziehungsweise waren sie in dem Moment, wo sie es gekauft haben. Vor allen Dingen die Gegend. Ein Penthouse gleich gegenüber vom Stark Tower. Ja, richtig, richtig. Da sprichst du einen schönen Punkt an. Wir sehen natürlich, die Eltern, die bekommen das dann mit, dass sie belauscht werden. Der Vater spricht natürlich mit ihr und Kate fragt den Vater ja, was er tun würde, wenn mal was passieren würde. Und er sagt ja noch, ich würde alles für dich tun, um dich zu beschützen oder würde immer alles für dich tun, um dich zu beschützen. So irgendwas. Genaue Wortlaut weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, sie fragt ihn, was würdest du tun, wenn ein Hurricane aufzieht. Und er sagt dann, das, was ich immer tun würde, dich zu beschützen. Dich zu beschützen, genau. Und dann gibt es ja einen Umschnitt in die Küche, wo die Mutter mit der Kate so ein bisschen rumblödelt, halt hier das Essen hochwirft und mit dem Mund fängt. Und die Mutter geht ja daraufhin kurz weg, weil sie ein Spiel holen will. Ne, die Tochter geht weg, weil sie ein Spiel holen will. Und daraufhin passiert dann genau das, was du gemeint hast, Christopher. Man, also die Stadt wird angegriffen von den Chitaurys und durch ein gebombtes oder reingebombtes Loch in der Fassade von dem Haus sieht man dann halt diesen Stark Tower. Und wir sind mitten im Geschehen von praktisch Avengers 1, den Film. Ja, ich finde es, nur kurz eingeworfen, ich finde es immer wieder stark, dass das so ein prägnanter Moment im MCU ist, dass man immer nur die Jahreszahl einblenden muss und man weiß ganz genau, was Sache ist. Du hast New York 2012 und du weißt ganz genau, worauf gleich Bezug genommen wird. So wie am Anfang von Spider-Man Homecoming, wenn die Crew von Adrian Toomes da die Trümmer wegräumt und die halt dann die Chitauri-Technologie an sich nehmen und sowas. Und ich finde es immer wieder gut, dass man als erfahrener MCU-Zuschauer nur die Jahreszahl braucht und weiß, aha, wir sind wieder hier. Vor allem ist das Lustige durch 2012, wir wissen, dadurch ist auch Loki immer so omnipräsent. Also gerade wo er quasi New York überrannt hat, das ist auch immer so omnipräsent. Das stimmt allerdings, ja. Jedenfalls blickt sie ja durch dieses zerbombte Wandstück, schaut sie ja hinaus und dann kommt auch so ein Chitauri-Kleiter, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht genau die Bezeichnung von diesem kleinen Raumschiff, wo sie drauf schweben, auf sie zugerast. Und sie wird ja mehr oder weniger dann gerettet. Ich denke aber nicht, dass Hawkeye das jetzt genau mitbekommen hat, dass die auf das kleine Mädchen zurasten, sondern allgemein hätte es so oder so zerstört, das kleine Raumschiff. Und da erblickt dann Kate das erste Mal halt Hawkeye in Aktion und bei ihr ist so gleich in dem Moment so irgendwie ein Idol geboren in ihr, oder? So ein Vorbild. Ich finde es halt cool, wie Hawkeye sie so ganz nebenbei und unbewusst rettet. Also für ihn war das wahrscheinlich wirklich nur so ein Wimpernschlag, aber ihr Leben hat das wirklich nachhaltig geprägt und er hat wirklich ihr Leben verändert. Ja, also er hat an dem Tag, also 2012, wahrscheinlich wirklich hunderte von Leben gerettet, aber er hat sie dadurch halt wirklich nachhaltig beeinflusst. Richtig. Ja, das ist das, worauf ja hier immer viel Wert gelegt wurde, dass immer gezeigt wurde, die Avengers achten auf Zivilisten während der Schlachten und setzen das Leben, das Retten von menschlichem Leben an erster Stelle. Ja, ja, ja. Genau, die haben auf diese Kritik reagiert und das hat man ja auch immer gesehen, dass sie darauf großen Wert legen. Und das stimmt, wenn man zurückgeht in den Showdown von Avengers, da sieht man ja auch, wie Hawkeye nebenbei Chitauri abschießt, während er sich gerade mit Natascha unterhält und sowas. Also das war auch wahrscheinlich so ein völlig beiläufiger Schuss, den er da abgefeuert hat. Oder wie Captain America dann halt entsprechend alles quasi evakuiert. Ja, ja, genau. Und da passiert der Mutter von Kate so, ich glaube, vielleicht unbewusst, aber eher so einen kleinen Fehler, weil sie benutzt fast die gleichen Worte, wie auch ihr Vater gesagt hatte zu ihr, ich werde dich immer beschützen, egal was passiert. Und man hat ja gesehen, was passiert ist, er ist gestorben. Das ist das, ich komme gleich wieder, das MCU. Ja, richtig, genau. Verstehen wir sofort, warum sie so ist, wie sie ist. Ich finde halt in diesem Fall dieses Intro, der in diesem Comic-Stil gehalten ist, ziemlich schön, weil da sehen wir ja praktisch, wie du schon sagst, auch diesen Zusammenschnitt, wie sie dann das Fechten lernt, Pfeilen und Bogenschießen lernt, Kampfsportarten, Leichtathletik, Tanzen, alles Mögliche ist in diesem Zusammenschnitt, in diesem Comic-Stil trennen. Also man sieht auf jeden Fall, dass sie sich dann engagiert hat, genauso stark oder so mächtig zu werden, wie halt Hawkeye. Ich fände es aber auch schön, dass man dann danach direkt so ihre ersten unbeholfenen Versuche sieht. Also das ist dann schon erstmal ordentlich Scheiß. Das ist quasi so der Charme dieser alten MCU-Filme, dass unsere Helden bei ihren ersten Einsätzen nicht perfekt sind, da auch mal auf die Schnauze fallen und so. Und das haben wir jetzt bei Kate Bishop dann auch. Genau, du sprichst nämlich schon die nächste Szene an, richtig? Die mit dem Glockenturm. Der College-Prank. Der College-Prank, genau. Kate besteigt nämlich ein Gebäude gegenüberliegend oder einer gewissen Entfernung zu einem Glockenturm und möchte diese Glocke in diesem Glockenturm zum Klingen oder Ertönen bringen und schafft es aber erst nicht, weil es nicht direkt auf die Glocke schießt. Und dann bastelt sie was zusammen, so eine Art Fixiergerät vorne an diesem Ball, wo es an ihre Pfeile angebracht hat, damit der Pfeil an diesem Seil hängen bleibt und halt immer hin und her schwingt. Und dadurch passiert es dann, dass diese Schwingungen zu stark werden und der Glockenturm letztendlich dann anfängt zu bröckeln. Ja, er stürzt fast komplett in sich zusammen und sie wird dann, nachdem ihre Freundin natürlich fliehen, von Securities gefasst und sie kann sich erstmal eine Predigt von ihrer Mutter anhören, der Eleanor Bishop. Ja, das war mal ein Next-Level-College-Prank. Normalerweise wird in College-Komödien irgendwie immer das Maskottchen geklaut oder das Auto vom Direktor verunstaltet, aber das war mal was ganz anderes. Also ich will eine Heldin werden, da ist so dieser College-Prank nochmal eine Spur epischer. Ja. Genau, und dann gibt es auch schon wieder einen Umschnitt, wir sehen dann New York zur Weihnachtszeit, also so eine richtige Weihnachtsstimmung. Und ich weiß von Patrick, dass er nicht so unser Weihnachtsmensch ist, ich im Gegenteil schon, ich liebe Weihnachten und ich war völlig direkt in dieser Weihnachtsstimmung drin. Wie sah es da bei dir aus, Patrick? Ich bin ein großer Stirb-langsam-Fan und ich weiß, dass die Serie stirb-langsam-Vibes verströmt. Also in so einer gewissen zynischen Note finde ich Weihnachten auch erträglich. Aber sagen wir es mal so, wenn du in einem Supermarkt bist und du siehst, wie diese ganzen Kassierer richtig K.O. sind und die Leute da richtig massiven Ansturm machen und dann läuft im Hintergrund It's the most wonderful time of the year. Das finde ich verstörend. Ja, aber das ist ein wirklich toller, classy Weihnachtssong. Ich meine generell, die Songs, die die hier ausgewählt haben, richtig beswingt es, das ist wundervoll. Ich meine, die hätten einen noch quälen können mit All I Want For Christmas Is You von Mariah Carey, haben sie sich zum Glück verkniffen. Ja, und man hat sich auch zum Glück Last Christmas verkniffen, weil sonst hätte man gedacht, oh, 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 stirbt Frau Hocker jetzt. Genau, man fliegt praktisch über New York zur Weihnachtszeit. Also wie gesagt, man sieht halt viele Weihnachtlichen, auch hier das Rockefeller Center mit diesem riesen Tannenbaum. Das kennen wir ja auch aus Kevin Alleyne zu Hause, äh, Kevin Alleyne in New York, Entschuldigung. Und dann gibt's aber ein Zoom auf ein Musical, Rogers Musical, und wir sind dann praktisch in diesem Musical drin und sehen dieses Musical. Wie hat es auf euch gewirkt, dieses Musical? Wart ihr verstört wie Clint, oder? Gegenfrage, hast du dich nicht gefreut, nach so langer Abwesenheit endlich mal wieder Captain America beim MCU zu sehen? Hast du dich nicht gefreut? Es ist ja nicht unser Captain America, das ist der Punkt. Aber es ist Steve Rogers. Ja, also, es wird halt in diesem Musical der erste Avengers-Film praktisch nachgespielt. Ja, ich sag mal so, als ich gesehen hab, Rogers Musical, dachte ich, okay, das wird vielleicht so ein Musical sein über sein Leben. Aber ich hab's mir vielleicht ein bisschen anders da im Trailer vorgestellt, als es jetzt hier dargestellt worden ist. Ja. Aber wir sehen in dieser Sequenz auch so ein kleines Foreshadowing. Also, dieser Hawkeye von dem Musical, der hat sein lila Kostüm an und wie wir es vom Werbematerial sehen, bekommt er das dann auch im Verlauf der Serie. Also, er bekommt dann sein klassisches Hawkeye-Kostüm, das ja jetzt Kate Bishop auch schon beim ihren ersten Einsatz getragen hat. Also, wird sie ihm wahrscheinlich irgendwelche Styling-Tipps noch geben. Also, ich find die Szene sauwitzig, auch wenn da bestimmte Dinge keinen Sinn ergeben. Ich mein, einer dieser Songs heißt I Can Do This All Day, sein Zitat aus Civil War bei dem Endkampf. Nein, das ist, den Spruch bringt Captain America wirklich immer wieder. Okay, okay, dann ergibt das Sinn. Ich dachte schon, woher kennen die diesen Satz? Das war etwas zwischen ihm und Tony Stark. Das ist auch als Captain America zum Beispiel, als Steve Rogers. Ah, richtig. Ohne, dass sie herum zusammengeprobiert sind. Der Kampf in der Gasse damals, also in den 40er Jahren, mit der Mülltonne. Ich kann das den ganzen Tag durchhalten, richtig, ja. Das ist so sein Standardspruch. Das bringt er auch bei Infinity War, oder war es Endgame, wo er nochmal zurückgeht? Das ist in jedem Film mindestens einmal, das ist seine Cat-Phrase. Genau, genau. Also, einerseits finde ich das witzig, dass die halt den Celebrity-Prominenten-Status der Avengers damit immer wieder aufgreifen. Nur, damit halt die Storys vorangehen können, bringen die das nie konsequent zu Ende. Du siehst immer wieder, wie bestimmte Avengers auf der Straße von verschiedenen Leuten erkannt werden. Aber in der Realität müssten die eigentlich wie andere Prominente pausenlos von Leuten umringt werden, die Selfies und Autogramme wollen. Kannst du natürlich nicht machen, weil dann könnten sich die Charaktere ja nicht mehr frei bewegen. Aber das ist eine witzige Idee, wie man den Berühmtheitsstatus der Avengers aufnehmen und weiter vermarkten kann. So würde es ja auch dann in der Realität passieren. Der Knackpunkt ist hier bei dieser Szene und bei den anderen, wenn man das jetzt mit Sam Wilson vergleicht. Sam Wilson hat sich gefreut, wieder erkannt zu werden. Dann, Clint Barton, ist das sichtlich unangenehm, dass er so eine Art Berühmtheitsstatus hat. Also, da fühlt sich der richtig unwohl. Und es wird auch nicht besser, wenn er dann beim Pinkeln gefragt wird, ob ein Foto mit ihm geschossen werden kann. Oh, aber auf dieser Toilettenszene gab es ja wohl den vielleicht düstersten Witz oder die düsterste Anspielung, die es jemals im MCU gab. Und du meinst den Ettingen. Exakt. Das war ja schon Internet-Trollniveau. Ja, richtig. Da schreibt jemand mit Ettingen auf das Klosett, Thanos was right. Sowas hat man im Internet andauernd gesehen, zu verschiedenen Themen, auch zu politischen Themen. Dass da irgendjemand in der Kommentarspalte schreibt, ich verstehe Thanos jeden Tag ein bisschen mehr. Dass die das tatsächlich mal aufgreifen würden, hätte ich nie gedacht. Ja, aber war schön eingefügt, weil wir kennen es ja auf öffentlichen Toiletten oder sowas. Da steht ja aller mögliche Kram auf den Innenwänden von so einem Häuschen. Und dass es dann hier natürlich auf so einem Pissoir draufsteht, das macht dann auch wieder irgendwie... Ich fand aber auch den Umgang mit dem Musical ganz cool, wie er einfach sein Hörgerät ausgeschaltet hat und einfach nur Stille gehört hat. Ja, richtig. Aber es war auch der Moment, wo natürlich Black Widow hervorgehoben worden ist. Und trauerte er ja noch so ein bisschen nach. Also, was heißt bisschen? Ein bisschen. Es waren ja beste Freunde. Also, da trauerte er definitiv stärker nach. Aber in diesen kurzen Momenten war das auch schon wieder glaubwürdiger, der Impact von Black Widow als ein Black Widow-Film. Das finde ich schon wieder so schade. Naja, jedenfalls hält er es nicht mehr lang aus in diesem Theaterstück und flüchtet dann nach draußen auf die Straße. Und seine Kinder folgen ja ziemlich schnell und sie stellen dann fest, dass es alles nichts für sie ist. Und seine Tochter spricht ja dann noch diese Black Widow-Thematik an, dass sie ja weiß, dass er sie vermisst und dass sie beste Freunde waren. Und sie schmieden dann aber andere Pläne. Also, sie sagen, ey, lass das sein mit dem Theater. Wir gehen mal lieber richtige Weihnachtssachen machen, wie Weihnachtsessen und ... Und auch den größten Tannenbaum, äh, Weihnachtsbaum besichtigen. Ja. Und da fand ich eine Sache komisch, weil die gute Nachricht ist, Linda Cardellini ist wieder zurück als Clint's Ehefrau. Nur, da kam bei mir dann die Frage auf, warum ist die nicht dabei? Warum ist die zu Hause? Wurde das an einer Stelle erklärt? Nee, gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Es wirkt irgendwie, als würdest du die Weihnachtsvorbereitungen zu Hause treffen. Aber warum machen sie das nicht zusammen als Familie, sondern schickt praktisch zwei Drittel von der Familie nach New York und sie bleibt allein zu Hause. Also, ich weiß, was du meinst, ja. Kommt vielleicht noch. Ja. Ich fand's aber schön, dass selbst wenn die jetzt da eine Trennung hatten, dass sie da wirklich freundschaftlich irgendwie noch verblieben sind und dass das nicht wirklich so ein unschöner Rosenkrieg ist. Ja, den Eindruck hatte ich nicht. Ich glaub schon, dass die noch zusammen sind. Deswegen hab ich ja nicht verstanden, warum ist sie daheim und er ist da mit den Kids? Vielleicht hat er den Kids versprochen, dass sie nach New York fliegen und noch mal ein bisschen den Weihnachtsmarkt besichtigen. Und die Mutter hat dann mal ein paar Stunden für sich. Also, das machen Eltern ja auch, dass die dann ab und zu mal aufteilen, wer wann die Kinder bespaßt, damit auch ein Elternteil jeweils eine Auszeit hat. Klingt vernünftig. Ich hab's jetzt auch nicht so aufgefasst, dass die gar nicht mehr zusammen sind, sondern ich hab's auch eher so aufgefasst, sie sind noch zusammen und sind halt jetzt in verschiedenen Städten, um Vorbereitungen zu treffen. Oder wie du auch sagst, dass die halt nochmal einen Weihnachtsmarkt besuchen und so der Art. Naja, egal, wir gehen mal weiter. Wer hat's vorhin gesagt? Kate trifft natürlich auch in New York, also kommt in New York an und geht erstmal direkt zu ihrer Mutter, weil die Mutter sie angerufen hat. Sie soll erst zu ihr nach Hause kommen und hier sehen wir dann wieder ein Gespräch zwischen Kate und ihrer Mutter, wo Kate dann praktisch erfährt, dass die Kreditkarte gesperrt worden ist. Und sie sagt auch so einen Satz von wegen, Reiche und Junge machen Dummheiten und sie ist halt beides. Ja, dafür aber immer noch ziemlich bodenständig. Aber das muss so ein Charakter auch sein, damit er sympathisch bleibt. Und eigentlich gibt's hier in der Szene auch noch nicht wirklich mehr, sondern man erfährt halt, dass sie mittlerweile wieder einen Freund hat, der Jack wird ihr vorgestellt. Jack, ich glaub, hier wird der Nachname noch gar nicht erwähnt, sondern erst später. Der kommt erst später bei der Auktion. Genau, bei der Auktion. Also hier erfahren wir nur bisher, dass er Jack heißt. Genau, und sie, wie du schon sagst, haben eine Charity-Veranstaltung, wo sie dann später hinfahren müssen. Dementsprechend hat sich die Mutter auch schon zurecht gemacht, also hat ein Abendkleid an und bittet jetzt Kate, ja, sie solle doch auch bitte ein Kleid anziehen und dann nachkommen. Ja, und noch ganz kurz, ich fand's ein bisschen dick aufgetragen, aber okay, nicht weiter schlimm. Aber kann man diesen Charakter eigentlich noch schmieriger einführen? Jack kommt ins Zimmer rein mit diesem Casanova-Schnurrbart und hat auch noch eine Rose im Mund. Rose im Mund, ja. Von wegen, ja, also das ist jetzt nicht ein guter neuer Partner für Kates Mutter. Habt ihr's alle verstanden, Leute? Okay. In den Comics ist das halt auch ein Gegner, der wird der Swordsman, also der Swordsman genannt. Das ist eigentlich ein Gegner von Hawkeye. Also auch die Vorliebe für... Swordsman war ursprünglich mal der Lehrmeister von Hawkeye und ist dann später ein Gegner geworden, richtig. Wie es auch so typisch ist, der Mentor, der dann zum Bösen wird. Richtig. Und das macht ja auch hier Sinn, weil sie, Kates sagt ja gleich, was sind die ganzen Schwerter, warum sind die ganzen Schwerter hier? Das ist so eine Anspielung schon auf Swordsman. Ja, und das ist vor allem der rote Hering, weil ich hab das Gefühl, dass der Bösewicht oder die Bösewichtin gar nicht die ist, die wir am Anfang präsentiert bekommen. Also es wird schon arg aufs Auge gedrückt, wer denn hier der Böse sein soll? Richtig, aber da kommt ja später noch eine Szene, wo es noch verdeutlicht, dass er definitiv irgendwas im Schilde führt. Ja, und in dieser Szene ist es mir gar nicht so gut aufgefallen. Ich musste genau hingucken und dann ist es mir in der nächsten Szene erst klar geworden, dass Kates Mutter wird ja nicht von irgendjemandem gespielt, sondern von Vera Famiga. Ja, und da kann Patrick eine kleine Geschichte zu erzählen, Vera Famiga. Du hast mir nämlich im privaten Gespräch was erzählt, aber das erzählst du ein bisschen selber. Ja, also Vera Famiga, die wird in Mainstream-Sachen ganz gerne so als die Antagonistin eingesetzt. Ich glaube nicht, dass das zufällig war, dass die als Mutter gecastet wurde und ich glaube auch, dass dieser Vorfall am Anfang, also 2012, dass das irgendwas in ihr ausgelöst hat, was sie halt so traumatisch zurückgelassen hat, was halt so ein bisschen böse geworden ist. Also ich glaube, sie ist eine der Strippenzieherinnen im Hintergrund und dass sie auch für den späteren Vorfall verantwortlich ist, weil bevor dieser einen Vorfall passiert, da redet der Swordsman mit seinen Bekannten und sie deuten an, dass Elena irgendwie zwielichtig ist. In den Comics ist Elena tot. Hier hat sie es halt, hier ist sie am Leben und ich glaube nicht ohne Grund. Gut, naja, also ich habe jetzt zum Beispiel, das ist auch so eine Notiz, wo ich mir gemacht habe, Elena war früher im Comic auch die linke Hand von der Schur gegen Madame Musk, aber ich weiß nicht, inwiefern sie das hier einarbeiten wollen. Aber ja, natürlich, sie hatte so ein bisschen Dreck am Stecken, sagen wir so. Ja, gut. Sie hat ja wirklich darauf geachtet, dass dieses Familienvermögen erhalten bleibt. Die haben am Anfang in der Folge über dieses Familienvermögen geredet und jetzt ist wirklich ein Zeitsprung von zehn Jahren passiert, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Kannst du dich nicht zehn Jahre mit deinem Vermögen aufrechterhalten, vor allem nicht, wenn der Mann tot ist? Ja, haben sie nicht schon damals zusammen Bishop Security geleitet und sie hat es dann alleine weitergeleitet? Ich glaube, es war sowas im Gespräch, dass sie wohl zusammen eine Firma haben, ja, dieses Bishop Security, ja, mag sein. Aber es gibt ja so bei Firmen allgemein so Zeiten, da läuft es mal gut, da läuft es mal schlecht und vielleicht war das damals vor zehn Jahren halt eine schlechte Zeit und jetzt zehn Jahre später ist es halt die Security Firma schlechthin, also die beste überhaupt oder so. Ja, also das, was ihr da sagt, klingt alles plausibel und ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie sich als Antagonistin entpuppt, aber das Casting von Vera Famiga hätte mich jetzt nicht darauf gebracht, wenn ich mal so nachdenke, die Conjuring Trilogie, The Departed, Up in the Air, also so häufig wird sie jetzt nicht als unglaublich negative Figur besetzt oder vielleicht entfallen mir auch gerade ein paar Filme. Nee, es war ja nur so, Patrick meinte das so, immer wenn er die sieht, verbindet er die automatisch mit einer bösen Besetzung, dass sie nur böse spielt. Nicht, dass sie nur böse spielt, aber es gibt halt diverse Filme, Mainstream-Megare-Filme, da ist sie so eine Randfigur und dann kommt raus, dass sie quasi heimliche Strippenzieherin ist. Ich nenne jetzt nicht die Titel, weil sonst bringen wir jetzt fertig hier noch diversen Mainstream-Titel zu spoilern, aber wenn sie eine Randfigur in einem Mainstream-Film ist, dann ist sie oft die Strippenzieherin. Gut, ich gehe mal auf die nächste Szene ein. Die nächste Szene weiß gar nicht, ob wir die groß besprechen müssen, weil wir sehen einfach, die Familie Barton denieren, also sie essen und der Kleine möchte nochmal Krabben nachbestellen, obwohl der Vater, der Clint, jetzt schon für 20 Mann Krabben bestellt hat, also so sagen sie es. Und es kommt halt einfach zu einem Gespräch, was sie denn alles in diesen sechs Tagen noch erleben wollen bis zu Weihnachten und beschließen halt Weihnachtsfilme bingen und hier Rockefeller-Sender besuchen und so Sachen halt. Ich fand es ein nettes Detail, dass das kleine Kind anscheinend auch eine leichte Hörschädigung hat, also die reden mit ihm ja in Zeichensprache und die Familiendynamik generell in der ersten Folge, die war glaubwürdiger, also dass er auch wirklich eine gute Vaterfigur ist, was sich dann ja auch dann später auf Kate Bishop überträgt. Genau und das Ganze wird dann halt abgerundet mit dem Anruf von der Mutter, die möchte halt dann nochmal so genau wissen, was sie jetzt vorhaben und dass sie halt das Theater oder das Konzert in der Mitte aufgehört haben und abgebrochen haben. Und zum Schluss wird halt das ganze Essen, was sie da gehabt haben, vom Restaurant übernommen, also sie sagen, das geht aufs Haus, weil er halt die Stadt gerettet hat und das ist ihm so gar nicht so wohl, die Sache. Umso lustiger wäre es, wenn sie Shawarma gegessen hätten. Ja, richtig, das wäre auch wieder ein Verweis gewesen auf den Film, ja. Shawarma kommt noch. Mit Sicherheit irgendwo, ja. Genau, dann komme ich auch direkt auf die nächste, würde ich sagen, da sind wir nämlich bei der Charity-Veranstaltung, wie wir schon erwähnt haben und Kate kommt natürlich nicht im Kleid. Sie kommt in einem Anzug, in einem schwarzen Anzug, was auch die Bediensteten hier, also die Kellner auf dieser Charity-Veranstaltung tragen oder sehr ähnlich, sage ich mal so und wird halt direkt verwechselt als Kellner. Ja. In diesem Gebäude, jetzt so ein kleiner Funfact, ich weiß nicht mehr wie es hieß, ich glaube Rockefeller Center oder so, das ist auch das Gebäude, in der Wilson Fisk, also Kingpin, in der dritten Staffel von Daredevil gewohnt hat. Und bei dieser Auktion im Comic war auch Wilson Fisk quasi derjenige, der gewisse Gegenstände im Comic waren, dass Ausrüstungsgegenstände von Hawkeye dann ersteigert hat. Also hier haben wir schon mal das erste Mal omnipräsent den Kingpin. Ja, du hast es im Vorgespräch schon ein paar Mal erwähnt. Und ich weiß nur darüber Bescheid, weil Vincent D'Onofrio selbst teasert auf Twitter seit einiger Zeit so einiges von wegen, ich freue mich auf Hawkeye, hahaha, schaut euch unbedingt Hawkeye an, Zwinker, Zwinker. Und deswegen bin ich ja noch gespannter, ich freue mich natürlich auch auf den kommenden Auftritt von Jelena Bolova, Florence Pugh, aber sollte Vincent D'Onofrio tatsächlich als Wilson Fisk vorbeischauen, dann mache ich Luftsprünge. Ja, und vor allem macht der Dom erstmal Luftsprünge bei Florence Pugh. Das hat natürlich andere Gründe, aber ja. Ja, ja, richtig. Die wird ja ab Folge 3, wird sie zu sehen sein, weil sie hat ja nur vier Auftritte, also in vier Episoden ist sie zu sehen, Florence Pugh. Also könnte Dom durchaus vielleicht Dauergast werden ab der dritten Folge. Naja. Gut, auf der Charity-Veranstaltung kriegt dann Kate getroppt, dass ihre Mutter und Jack verlobt sind, also dass da wohl eine Hochzeit ansteht. Und zwar kriegt sie das getroppt von dem, jetzt lass, war es der Vater oder war es der Onkel von Jack? Ich glaube, es war der Vater, richtig? War das Anton der Erste und der kleine Junge war Anton der Siebte? Oder umgekehrt? Anton der Dritte und der Kleine war, glaube ich, das Siebte, so rum, genau. Das Detail hat mir gefallen, weil das halt so typisch dekadente New Yorker Familien ist, die haben immer so einen komischen Tick mit Namen. Ja, ist richtig. Und hier kommt, glaube ich, auch zum ersten Mal der Nachname zu Wort, ne? Das heißt ja Armand, oh Gott, Dufon, 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 oh Gott, französisch. Armand, warum habe ich vorhin Anton gesagt? Ja, Armand. Armand, ja. Armand, Dufon, oder Dufon, oder so, keine Ahnung, ich kann kein Französisch, tut mir leid. Und das ist so eine Anspielung dann in dem Moment, weil wenn wir nämlich Jack ins Französische, Jacques, Jacques Dufon. Jacques, genau. Genau, und Jacques Dufon war halt eben Swordsman in den Comics. Und Swordsman war, wie wir schon erwähnt haben, der Lehrer von Hawking, der Mentor. Der später Bösewicht. Und dann der späte Bösewicht, genau. Und jetzt macht es natürlich dann auch Sinn, die nächste Szene, wo es dann kommt, weil Kate ist so ein bisschen langweilig hier auf dieser Charity-Veranstaltung. Und sie durchforstet sozusagen das Gebäude und entdeckt dann im Keller so eine, würde ich sagen, Schwarzmarkt-Auktion. Nämlich dieser Schwarzmarkt-Auktion geht es unter anderem um Gegenstände, die aus dem Avengers Tower, der natürlich zerstört worden ist, haben die halt Gegenstände rausgeklaut und das wird hier halt... Ja, aber nicht nur aus dem Avengers Tower. Ja, aber hier sieht man halt... Weil, Entschuldigung, gleich am Anfang, das ist mir irgendwie entgangen, was wurde da als erstes versteigert? Ein Dinosaurier-Kopf? Was war das für ein Ding? Ich glaube, es war... Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich. Ich habe es gar nicht dotiert, ich kann es dir nicht sagen. Da war irgendwie ein riesiger Schädel auf dem Tisch und der ging als erstes weg. Oh Gott, aber war das ein Schädel von dieses Sauge? Ja, das war ein saurer Schädel. Ah, okay. Ich glaube sogar ein Triceratops, lass mich lügen. Hey, im National History Museum oder Nature Museum in New York haben die ja ein komplettes Tyrannosaurus-Rex-Skelett, also ist das nicht so weit hergeholt. Mhm, aber darauf habe ich, deswegen hast du mich jetzt auch kalt erwischt, darauf habe ich gar nicht zur Acht genommen, weil mir war das Nächste, was dann diese Auktion dann als nächstes drankam, war mir irgendwie viel wichtiger. Der Ronin-Anzug. Ja, das Schwert von Ronin und der Anzug, genau. Ja, da frage ich mich, war diese Rückblende wirklich nötig? Ich meine, wir alle wissen, diese Serie ist gemacht für Leute, die sind da fest drin, die haben alles im MCU gesehen, die wissen, worum es geht. Darum empfand ich jetzt diese kurze Rückblende auf die Szene aus Endgame, wo man ihn halt als Ronin sieht, wo er da an seinem Ärmel das Schwert abputzt, nachdem er da Yakuza-Leute kalt gemacht hat, als überflüssig. Fandet ihr diese Rückblende denn gut für manche Leute, die das eventuell vergessen haben könnten? Ich fand allgemein, dass sie in den zwei Folgen viele Rückblendungen zu alten Filmen oder so eingefügt haben, auch wo es mal, das war aber, glaube ich, in Folge 2, da wäre ich später drauf gekommen, wo es einmal um Natascha Romanoff ging und dann hat man Einblendungen von ihr gesehen, in verschiedenen Lagen, also Situationen aus den Filmen und ich hätte es nicht gebraucht, bin ich ehrlich. Ich hätte es cooler gefunden, wäre das eine Ronin-Stelle gewesen, die wir tatsächlich so noch nicht gesehen haben. Es unterstreicht aber eben wirklich so diesen Charakter von Clint, dass er wirklich gerade innerlich mit der Vergangenheit ringt und dass ihn das immer noch nicht losgelassen hat. Ja, richtig. Gut, die Auktion geht ja dann ziemlich bald schief, weil es geschieht ein Einbruch. Da wird diese, wie nennt Clint sie später, die Trainingsanzug-Mafia oder so ähnlich. Ja, und diese Trainingsanzug-Mafia ist in den Comics auch eine Gang von Wilson Fisk, also schon wieder. Genau. Im Ernst? Ja, ja, richtig, ja, ja. Weil da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die tatsächlich aus den Comics eigentlich springen, weil die waren sowas von cartoonhaft Klischee. Ich glaube, das war aber gewollt. Ja. Nee, das war wirklich so gewollt. Ich glaube auch, dass sich das von den Böswichten her echt so locker steigert. Als wenn du da schon am Anfang mit dem Kingpin ankommst, du da mit so einem schweren Kaliber, dann wirkt das halt auch schwermütig. Aber wenn du so locker, flockig mit so einer Klischee-Gänge rein anfängst und dich nach und nach steigerst, komm, es ist doch gelungen gemacht. Ja, ist richtig. Weil das war einfach so witzig, wie die alle aus dem Van steigen und die tragen alle diese Trainingsanzüge und die Goldketten, als wären das Uniformen. Zwischenzeitlich habt ihr sogar eine Sache vergessen. Also Kate sieht zum ersten Mal Lucky den Pizza-Hund und fängt an sich so ein bisschen mit dem anzufreunden. Und dieser einäugige Pizza-Hund, das ist ja auch ein netter Running-Gag. Der war auch in den Comics. Der hieß am Anfang sogar noch Hawkei, äh, nee, nicht Hawkei, sondern Arrow. Und Clint hat nur gedacht, ach nee, das ist ja ein scheiß Name. Und hat ihn dann einfach Lucky getauft. Ja, Lucky der einäugige Hund, richtig. Ja. Jedenfalls bei dem Überfall steckt sich dann Jack, Jack, jetzt wollte ich es heute aufreden, Jack, Jack steckt sich dieses Ronin-Schwert heimlich ein und verschwindet. Und Kate ist jetzt in der Lage, also versucht jetzt die Situation praktisch für sich zu nutzen und klaut dieses Ronin-Kostüm, zieht sich das an und man sieht es erst mal in Action. Und ich finde, dafür, dass sie so noch nie wirklich als Heldin aufgetreten ist, sondern nur diese, wie gesagt, dieser Versuch hier so einen Streich zu spielen an der Uni, macht sie sich eigentlich recht gut. Dafür, dass sie sich in der ersten Szene so verdrottelt angestellt hat, hat sie dafür jetzt in der Kampfsequenz verdammte Assassinen-Skills, wo ich dachte, Moment mal, Moment mal, wo kommt das denn jetzt her? Das ist kein Rich-Kid-Training, sondern das ist wirklich, das war eine gut gemachte Sequenz. Das hat, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen seltsam, aber vielleicht kriegen wir noch irgendwann eine Rückblende, dass die wirklich einen der härtesten Badass-Motherfucker als Trainer hatte. Wer weiß. Ja, aber ich fand diese Kampfszene, also besonders jetzt in dem Weinkeller, die war mitunter eine der größten Stärken in Bezug auf realistische Charakterweiterentwicklung, weil Disney und Marvel, Disney im Speziellen, haben wohl auch die Kritik vernommen, dass die Leute einfach irgendwo die Schnauze voll haben von weiblichen Figuren, die so stark sind, dass sie überhaupt nichts berührt, a la Captain Marvel oder a la Rey. Dass man hier zeigt, sie ist fähig, einen ordentlichen Kampf abzuliefern, sie kriegt aber auch ganz schön auf die Mütze und dominiert nicht das Geschehen ununterbrochen. Ich fand den Kampf großartig gemacht, im Sinne von, was kann sie einstecken und wie viel kann sie austeilen? Und noch dazu, dass, wie es in anderen Filmen und Serien immer der Fall ist, dass Flaschen nicht immer sofort kaputt gehen, wenn jemand sie an den Kopf bekommt. Ich fand das gut choreografiert, ich fand nur, sie hat sich ein bisschen zu gut durchgeschlagen. Ja, ich fand es an sich sehr geehrtet allgemein, wenn man so die anderen Serien vorher immer gesehen hat, war das immer so mystisch, magisch und so. Und das war eigentlich jetzt wieder so richtig geerdet, so richtig, so kann es wirklich passieren. Es war sehr akrobatisch, was sie gemacht hat jetzt zum Beispiel an der Decke, diese Rohre, wo da verlaufen, da hat sie sich wie eine Athletin eigentlich, so eine Leichtathletin, so gehängelt und so. Also ich fand das schon sehr geerdet. Weil die meisten Kampfszenen wirken halt immer wie ein Tanz, bis ins kleinste Detail einkoreografiert. Also das war wirklich eine richtige Rauferei, wo halt auch Sachen schief gehen und nicht perfekt sitzen. Das Einzige, wo ich mich gewundert habe, ist, dass sie für ihre 22 Jahre ganz schön einschnecken kann. Ja, und ich habe erst dann wirklich gegoogelt, so von wegen, wie groß sind die beiden. Also sie ist 1,73 und Jeremy Renner so 1,76. Weil sonst hätte ich gesagt, ja, es kann nicht sein, dass sie so gut in den Anzug passt. Nee, das passt schon irgendwie. Das stimmt, ja. Genau, und nachdem sie die Leute, die diesen Überfall gemacht haben, so ziemlich platt gemacht haben, versucht sie natürlich zu flüchten und rettet bei der Flucht noch den Lucky, also unseren Hund, unser einäugigen Hund. Pützer Hund. Wird da natürlich auch von Presse gesehen, was man ja später dann erfährt. Weil in dem nächsten Umschnitt sehen wir nämlich wieder Clint mit seinen Kitties in dem Hotelzimmer oder was das sein soll oder Wohnung, die dann Nachrichten schauen und da erscheint dann dieses Ronin-Kostüm in den Nachrichten. Und er ist natürlich gleich. Und da kommt ja dann diese Rückblende, wo du gemeint hast, Christopher, zu seinen Ronin-Zeiten, wo er sich das Schwert abwischt. Vor allem Jack hat ja jetzt sein altes Ronin-Schwert, ja, er steigert. Ja, richtig, er hat es jetzt, ja. Wo ihn wirklich noch sein Verwandter so, ach nee, ich will das Schwert, wo die sich halt wirklich so total versnobbt gestritten haben. Genau. Kate liefert dann den Hund bei sich zu Hause ab und gibt erst mal ein Stück Pizza zum Essen. Ja, mir gefällt vor allen Dingen das Design der Wohnung. Ja. Dass das praktisch so aussieht eigentlich wie eben eine Pizzeria, nur eben zur Wohnung umfunktioniert. Ja, ist richtig. Genau, und sie möchte aber dann natürlich auf die Suche gehen, was da jetzt passiert ist oder möchte sie halt Aufklärung und geht dann zu Armand den Dritten in die Wohnung oder ins Haus, bricht da ein und findet dann, ja, seine Leiche. Ja, mit diesen Bonbons, die so eine komische Signatur haben. Ja, genau, da steht, glaube ich, Armand, glaube ich, drauf, aber die haben diese Initialien herausgehoben. Ja, ich frage mich, wie oft diese Bonbons noch vorkommen. Die haben irgendwie Running-Gag-Charakter. Ich habe das Gefühl, in jeder Folge wird einer der Armand-Familie irgendjemandem ein Bonbon anbieten. Das könnte durchaus zum Running-Gag werden, ist richtig. Naja, aber das ist auch schon wieder, das mit den Bonbons ist auch so sehr inklusive, der Swordsman, so unsinnlos, dass ich eben noch mehr dran glaube, dass Elena die Mutter hinter all dem steckt. Weil du hast hier wirklich etwas, das verdammt nach roten Hering stinkt. It was Elena all alone. Genau, so, wo waren wir? Also, die Haushälterin dann von Armand kommt nach Hause und sie flüchtet und vor ihrer Wohnung, also vor Cates Wohnung, trifft sie dann auf die, sind sie wieder unsere Trainingsanzug-Mafianen. Ach, ich finde es halt cool, wie sie sich jetzt schlägt und wie sie dann zum ersten Mal auf Hawkeye trifft. Das ist wirklich so ein schöner Charakterzug, den ich an diesen neuen Young Avengers mag, weil sie ist ja auch ein Young Avenger, dass diese Young Avengers alle irgendwie Fanboys oder Fangirls sind von den Avengers. Also, dass die quasi von denen herangezogen wurden oder dass die wirklich ihr halbes Leben lang als Idole angesehen haben. Dieser Fanboy-Moment, den finde ich halt so schöner Fangirl-Moment, sorry. Ja, und ich habe mich während der Folge die ganze Zeit gefragt, warum heißt die Folge Triff niemals deinen Helden? Weil sie trifft ja eigentlich bis auf den Anfang, wo sie ihn ja des Hochhaus-Wundersprings sieht, trifft sie eigentlich Clint gar nicht, bis auf die letzte Szene. Das stimmt. Also eigentlich wäre das ein besserer Titel für die zweite Folge gewesen, wo die beiden ja mehrere Dialoge miteinander haben, die für Kate auch ein bisschen ernüchternd sind. Aber ich würde sagen, hat noch jemand eine Anmerkung? Ansonsten kommen wir zum Fazit der ersten Folge. Ja, also wie gesagt, solider Start, sehr gute Einführung für Kate Bishop. Es war klar, dass der Fokus da mehr auf ihr liegen musste und dass wir mit Hawkeye einfach nur ein bisschen Catch-up spielen müssen. Wo steht er jetzt gerade im Leben? Was beschäftigt ihn? Das floss gut ineinander. Die Bedrohung wurde gut aufgebaut. Das war ein grundsolider Pilot. Und bisher haben die bei all den Serien, die die bis jetzt hatten, immer einen guten Piloten abgeliefert. Und das haben sie hier fortgeführt. Ja, da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich bin von der ersten Folge auch sehr begeistert. Und ich mag Jeremy Renner. Ich finde halt, dass er im MCU immer ein bisschen zu kurz gekommen ist. Dann hat er mal so ein paar Glanzmomente in den Filmen, wo man dachte, okay, cool. Das war zum Beispiel bei Silver War war er so der Angelpunkt von der ganzen Truppe. Und daraus haben sie dann ein bisschen wenig gemacht. Und deswegen fand ich es ganz cool, dass jetzt die Serie kam. Also jetzt kommt im Prinzip. Ich freue mich auch, dass Jeremy Renner jetzt mal ein bisschen mehr in den Fokus steht, ein bisschen mehr glänzt und kann, vor allem wie menschlich er auch dargestellt wird. Das mochte ich. Und auch, dass Kate Bishop so eingeführt wurde, dass sich das organisch anfühlt und nicht aufgesetzt wird, sondern dass sie wirklich wie so ein netter Zusatz fürs MCU ist. Das macht schon Spaß. Sie ist, obwohl sie ein Rich Kid ist, wirklich ein hitzköpfiger, aber trotzdem auch gleichzeitig erbodenständiger. Erbogenständiger hätte ich jetzt auch fast gepaffst. Bogenständig. Und sympathischer Charakter. Überspann den Bogen, nicht Patrick? Nein, aber das ist auch ein bisschen was anderes, weil wie oft haben wir jetzt schon diese Character-Arc im MCU gesehen? Tony Stark, Thor, Doctor Strange. Von wegen eine Person, die sehr privilegiert und sehr arrogant ist und dann erst mal lernen muss, runterzukommen und menschlicher zu werden. Und das hat man hier zum Glück bei ihr nicht. Nee, sie ist ein bisschen hitzköpfig, aber ansonsten ist sie relativ normal geblieben. Ja, richtig. Gut, dann würde ich sagen, vergeben wir noch schnell für die erste Folge Punkte. Und ich würde sagen, wir vergeben hier Kate Bishopsbogen. Wirklich? Nein, komm, es ist Chris. Chris hat gerne so Spiele mit Bällchen und hier haben wir ja Glocken überpräsent. Ah, okay. Nein, 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 nein. Ich hätte jetzt das Offensichtlichste genommen. Ich sage, wir nehmen Bonbons. Ja, okay, dann machen wir es so. Ja, ich vergebe, ja, 3,5 von 5 Bonbons. Gute Folge. Das Nötigste wurde etabliert in einem ordentlichen Tempo. Wie immer noch ausbaufähig. Aber wie schon gesagt, Grund zu Liederpilot. Drei Bonbons und eins in der Mitte durchgeschnitten, dass ich da mit jemandem teile. Gut, ich vergebe dann direkt auch 3,5. Ich finde es eine schöne Einführung für gerade Kate. Und ich hoffe natürlich auf eine Steigerung. Wir haben ja nur sechs Folgen. Und bin, denke ich, mit 3,5 Bonbons eigentlich gut bedient. Würde ich auch so sagen. Ich vergebe auch 3,5. Und das ist jetzt übrigens die erste MCU-Serie, wo auch drin steht Kevin Feige Production. Ja, hat er sich jetzt endlich mal verdient. Das hat Spaß gemacht. Da ist natürlich Luft nach oben. Aber wir wissen ja alle, dass wir von der nächsten Folge nicht ganz so begeistert waren. Und deswegen haben wir dann für die nächste Folge schon direkt den Download mit einkalkuliert. Ja, richtig. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt auf die zweite Folge drauf ein. Also kommen wir zum Sprechen auf die zweite Folge. Die Versteckspiel heißt. Ich hätte sie jetzt ehrlich gesagt genannt auf der Suche nach dem Ronin-Kostüm. Aber da kommen wir vielleicht jetzt in einem Gespräch genauer drauf zu sprechen. Denn die Folge beginnt genau da, wo die erste aufgehört hat. In dieser Seitengasse, wo Clint praktisch Kate stellt. Und da finde ich schon, also war für mich komisch. Die kennten keine fünf Sekunden und führten gleich in seine Wohnung. Ich meine, okay, es ist ein Avenger. Sie kannten von früher Vorbild, bla bla bla. Aber es ist trotzdem ein fremder Mann. Und dann direkt in die Wohnung. Hier, komm mit in meine Wohnung. Ja, aber es ist ja ein großes Idol. Ich meine, sie sagt ja dann auch, während sie die Treppen hochgeht, Hawkeye in meiner Wohnung. So immer wieder passiert das gerade wirklich. Also da, weil sie eben diese Fangirl-Momente hat, fand ich das schon irgendwo okay. Auf der anderen Seite, es ist halt echt bedenklich, dass eine 24-Jährige einen 50-Jährigen in die Bude nimmt. In Hollywood ist das selten gut ausgegangen. Ich weiß, worauf es der Mann spielt. Ja, genau. Na gut, lassen wir das mal so stehen, würde ich sagen. Man sieht aber Clint auf jeden Fall schon an, dass er brutal genervt ist von dieser Situation. Er hat eigentlich gar keinen Bock auf diese Sache. Er wollte eigentlich mit seinen Kitties diese sechs Tage Vorweihnachtszeit verbringen und hat jetzt überhaupt keine Muße mehr oder keine Laune mehr, da irgendwie noch dem Ronin-Kostüm hinterher zu jagen und überhaupt da sich drum zu kümmern. Ja, also er ist echt ein bisschen durch. Vielleicht ist er jetzt auch in Rente, weil er es auch nicht gewohnt ist, dass er Clint genannt wird. Ja, nach all dem, was auch war. Ich meine, seine Familie war weg durch den Blib, kam wieder, er hat sie endlich wieder und dann auf einmal kommt sowas dazwischen beim ersten Weihnachten, das die haben seit vielen Jahren. Also dieses John-McLean-artige, ich will doch einfach nur Weihnachten feiern, ich will das nicht, das war sehr gut untermauert. Nur, dass John-McLean zu dem Zeitpunkt noch ein Niemand war. Ja, das ist richtig. Genau, und dann bittet er sie ja, dieses Ronin-Kostüm auszuziehen, was sie ja auch daraufhin macht. Also sie geht ja hoch dann in ihr Schlafgemach und wechselt die Klamotten und dann kommt es, glaube ich, nochmal kurz zum Gespräch, was aber nicht lang dauert, weil sie ja direkt dann angegriffen werden. Also werden Molotow-Cocktails durch die Fenster geschmissen von unseren, ich sag's wieder gerne, Trainingsanzüge-Mafia. Ja, ich find den Move halt cool, wie Hawkeye den Molotow-Cocktail direkt zurückwirft. Ja. Fangt und zurückwirft, ja, das war ein richtig cooler Move. Das war ein cooler Move und dann danach gibt's eine waschechte Slapstick-Einlage. Also ich hätt nicht gedacht, dass das dann so abläuft mit dem Feuerlöscher. Ach so, mit dem Feuer, ja, 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 genau, mit dem Feuerlöscher, richtig. Ja, richtig. Das war, ja, auch wie die zwei sich dann, ich glaub, das sind sogar russische Mafia, wenn ich's richtig verstanden hab. Natürlich mit einem Ivan als Gangführer. Ja, richtig. Da muss man ja die, wie sagt man, Vorurteile. Einer dieser Gangführer, also der, der sich maskiert hat, der verschwindet halt. Vielleicht wird der noch zu einer Schlüsselfigur oder holt noch jemanden. Bei einer dieser Jogginganzug-Leute, der verschwindet halt. Genau, und daraufhin sieht man halt die zwei dann verschwinden. Also ich rede von Kate und Clint, die flüchten und sich dann in so eine Art Truckstore oder so einen kleinen Supermarkt halt dann eindecken mit, was haben sie geholt? Ich glaub, Desinfektionsmittel und Wattestäbchen und Pflaster, also um sich halt selbst zu versorgen, genau. Eine ganz schöne Szene ist, weil die ganze Folge über geht es ja eigentlich darum, Kate zu desillusionieren und ihr zu zeigen, ihr großes Idol ist auch nur ein Mensch. Und obwohl er Heldentaten vollbringt, muss er auch Dinge tun, die normale Menschen machen. Und das ist so klasse, wie sie ihn dann anguckt, so, du kaufst Hygieneartikel in einem Supermarkt wie ein ganz normaler Mensch, dass das für sie tatsächlich so ein Moment ist von wegen, oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Das ist großartig. Sagt sie ja noch irgendwann, genau so in diesem Sinne, wie enttäuschend. Ja, ja, richtig. Genau, und sie gehen dann zu einer Wohnung, die ihrer Tante gehört, aber die momentan nicht zu Hause sind, richtig? Und, ja, verbarrikadieren sich da mehr oder weniger, schlagen ihr Lager da auf, ihr geheimes Lager, wie sie es ja später nennen. Und da entschließt sich ja Clint nochmal vorzugehen und sagt zu ihr, sie soll da bleiben, er möchte jetzt dieses Kostüm holen, wo ja in dieser Wohnung von ihr, wo ja in Flamm aufgegangen ist noch oder wo zurückgeblieben ist. Was an der Szene so auffällig ist, dass ihn wirklich keine Sau registriert und das sind später die, die bei diesem Lab-Event sind und ihn alle wirklich beachten. Und da geht er in die Autos, guckt sich seelenruhig um, da fällt, da fällt er niemanden auf. Ja, eben, er klaut ja auch noch einen Feuerwehrmann-Anzug, ne, und das bekommt keiner mit. Und obwohl alles abgesperrt ist und da ja einen Haufen Feuerwehrmänner rumlaufen, also. Ja, das, was wir in der ersten Folge am Anfang erwähnt haben, das mit dem Musical, von wegen, würde man den prominenten Status der Avengers vollkommen realistisch darstellen, könntest du keine Storys mehr haben. Also da muss man eben sich so diesen Freiraum dafür nehmen. Ja, genau. Und er kommt dann oben in der Wohnung an und merkt, dass dieses Kostüm nicht mehr da ist. Also irgendjemand hat sich das wohl gekapert. Und beim Verlassen von der Wohnung, als er diesen Anzug, diesen Feuerwehrmann-Anzug wieder ablegt, erkennt er halt an dem Fenster ein Aufkleber der NYC LARPers, also einer Live-Action-Rollenspiel. Live, genau. So, dann sind wir wieder in der Wohnung bei Kate, also bei der Wohnung von ihrer Tante, wo sie sich jetzt verarzten und Kate hebt sich ja die Pizza noch am Kopf, um es zu kühlen und gleichzeitig aufzutauen für den Hund. Und da bringt ja der Clint ihr schon mehr oder weniger was bei, wie man sich richtig verarztet. Also das ist schon so ein kleiner, wie man es schon sagt, so Lehrerakt, was man jetzt hier sieht. Er bringt ihr jetzt schon was unbewusst bei. Ja, was nur ein kleiner Moment ist, aber das gibt ihm auch wieder etwas sehr Geerdetes. Weil wie oft sind wir es gewohnt, dass Action-Heroes einfach Wunden haben und dann damit umgehen, als wäre das gar nichts. Aber dass da auch noch detailliert gesagt wird, du musst das verarzten, das könnte sich entzünden und so weiter, das hat man gerade bei Comic-Superhelden noch nie. Also die behandeln Fleischwunden ja meistens oder Schnitte ja immer so, als hätten die sich irgendwo gestoßen. Ja, richtig. Das ist bisher auch für mich eine der größten Stärken der Serie, dass Hawkeye wirklich total menschlich gemacht wird. Also es fängt ja schon bei diesem Intro an, was wirklich total aussieht wie die Comics von Matt Fraction, wo er auch total gemenschelt hat. Und hier, wo er auch dann zeigt, ach du musst das Pflaster so schief anlegen und ja, wenn sich das entzündet hat, noch weniger Spaß. Also wirklich diese kleinen Momente, wie er mit seiner Familie umgeht, wie mentorenhaft er mit Kate umgeht, obwohl er genervt ist, obwohl sie ihm gerade den Tag versaut. Das ist so das, was Hawkeye ausmacht. Genau und in der Wohnung forscht er ja dann noch nach und entdeckt dann einen von diesen Live-Roll-Spieler, der so sein neues Kostüm anprangert. Zu aller, was war das, Instagram oder TikTok oder sowas ähnliches. Genau. Ja, das war halt irgendwie so eine auf Wish bestellte Pseudo-Instagram-App. Das sah halt wirklich ein bisschen seltsam aus. Man kann halt keine echten Apps dieser Art benutzen. Man kann für alles Mögliche unfreiwillig Werbung machen in Filmen, aber nicht für die echten Tech-Giganten. Das geht irgendwie nicht. Ja, richtig, richtig. Genau, dann sind wir am nächsten. Oder habe ich da was vergessen? Ich glaube nicht, ne? Die nächste Szene ist dann schon am nächsten Tag. Sie laufen dann durch die Straßen von New York, wo Clint ihr auch noch erwähnt, dass er ein Hörgerät mittlerweile hat. Und sie fragt ja, warum? Und dann sieht man auch wieder so Szenen aus den einzelnen Filmen, wie er halt neben einer Explosion oder einen Schuss abbekommen hat und so diese Einschnitte. Und ist euch bei der Szene aufgefallen, dass im Hintergrund ein Beetlejuice-Poster hängt? Ja. Ah, okay. Aber ich fand es halt cool, er war wirklich in mehreren Explosionen dabei. In den Comics war es so, dass er halt gefoltert hat und dadurch 80 Prozent seines Gehörs verloren hat. Aber hier diese Begründung, dass er halt so oft in der Action war und deswegen Hörgeschädigt ist, das fand ich auch wieder authentischer. Ja. Das ist dann wieder dieser Punkt geerdet. Also er ist halt kein Superwesen, sondern ist halt immer noch ein geerdeter Mensch. Eben. Ich fand dann auch diesen kleinen Meta-Gag schön eingestreut, wenn sie da über den Times Square rennen und dann sind dann da Leute im Avengers-Kostüm, mit denen man Fotos machen kann. Weil wer schon mal da war, am Times Square stehen ja wirklich Leute in allen möglichen Kostümen, wollen ein Foto mit dir machen und verlangen dann unbedingt Geld von dir, wenn du eins machst. Und ich fand, dass das wirklich eins zu eins mit den Avengers aufgegriffen wird, klasse. Vor allem schon wieder Ant-Man. Ja, richtig. Wie auch ein Musical, wo er dabei war, obwohl er eigentlich nicht 2012 dabei war. Aber da kommen wir auch zu einem meiner Kritikpunkte. So diese Kostüme der Avengers, Katniss Everdeen, die waren super detailliert. Und wenn wir das dann nachher mit den LARP-Kostümen vergleichen, merkt man schon einen relativ qualitativen Abfall, würde ich, ne, Qualitätsunterschied würde ich sagen. Sagen wir Qualitätsunterschied, nicht Abfall. Ja, also da kommen wir jetzt auch gleich drauf zu sprechen, weil während sie hier durch die Straße von New York laufen, wechseln, also tauschen sie sich gegenseitig noch ihre Handynummer aus. Und gehen praktisch getrennte Wege, weil die Kate geht dann zu der Mutter in die Security, also in diesen Laden. Und Clint begibt sich halt zu diesem Live-Action-Roll-Spieler, der sein Kostüm geklaut hat. Ja. Und da legt die Folge leider eine komplette Bruchlandung hin. Tut mir leid. Ja. Und das Problem ist, wir haben im MCU die Russo Brothers, die haben bei Community wirklich diese Paintball-Folgen inszeniert. Wir haben bei Community auch gesehen, wie man Pen & Paper bzw. Dungeons & Dragons inszeniert. Und wir sind in einem Zeitalter, wo wir auch nicht nur von den Rocket Beans oder von Myrie quasi gezeigt kriegen, dass man auch Dungeons & Dragons irgendwie so aufbereiten kann, dass das einem Mainstream-Publikum gefällt. Hier ist es halt wirklich eher so ein Big Bang-Fury-Gag. Die machen sich drüber lustig, dass er jetzt mitspielen muss und quasi gedemütigt wird. Ja. Und mit ein bisschen mehr Gefühl, mit so einer epischen Musik und so, hätte man das halt wirklich mal schön fokussieren können. Man hätte eine etwas andere, aber nicht minder epische Action-Sequenz draus machen können, wo Hawkeye vielleicht am Schluss mit dem Bulli in der Lab-Gruppe aneinander gerät und ein bisschen gefordert worden wäre und vielleicht auch ein bisschen Spaß hat. Aber so ist er halt mit eingezogenem Kopf, gelangweilt und ein bisschen abgefuckt durchmarschiert und sagt doch, äh, und ich habe gegen Thanos gekämpft. Ich hätte da irgendwie so ein bisschen mehr Detailverliebtheit gewünscht, weil wir wissen, auch Leute, die in Kostüme schlüpfen, das können Fans sein. Und ich weiß, dass aus meinem Umfeld, da sind Leute wirklich dabei, die Herz dabei haben und da wirklich eine Detailverliebtheit reinstecken, dass man das mit ein bisschen mehr Respekt hätte inszenieren können. Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, Patrick, weil ich konnte nicht genau definieren, warum ich diese Szene so blöd fand, warum ich sie so schmerzhaft unlustig fand. Und dann wurde mir auch, jetzt wo du es sagst, wurde mir auch klar, ja, man hätte das einfach als etwas Cooles inszenieren müssen, aber das war eigentlich schon, und das ist für das MCU extrem untypisch, ein fast schon herablassender und arroganter Blick auf eben Leute, die sich in solchen Kreisen bewegen und eben da Fanherzen dafür haben. Man hätte das inszenieren können mit Leuten, die Ahnung haben davon, wie man diese Waffen schwingt, die auch tolle Choreografien abliefern und er hätte da richtig drin aufgehen können, aber nein, man führt die irgendwie vor als Blödmänner und zeigt, dass ihm das nicht gefällt und er ist dann auch froh, wenn er endlich gehen kann. Und diese Lustlosigkeit, die Hawkeye in dieser Szene hat, die überträgt sich dann auch auf den Zuschauer. Also ich habe die ganze Zeit auch nur gedacht, oh, was soll das, können wir endlich jetzt die Szenerie wechseln? Ja, vor allem, dass auch so lang gezogen war, die Szene, ne? Also man hätte es ja auch kurz abhandeln können, aber nee, die machen ja, also ich, also wenn ich es schätzen würde, war diese Szene insgesamt, boah, lass mich überlegen, 10 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Ja, also man hätte da echt Comedy-Gold draus machen können und das mit einer respektvollen Inszenierung, sage ich ja. Und das wäre, das wäre dann wirklich total rausgestochen aus dem MCU, dass man hätte sagen können, ey, die feiern auch Lab-Spiele ab, weil sie auf der anderen Seite halt ihre Cosplayer von Ant-Man und sonstigen dann doch wieder abfeiern. Hm, hat so einen seltsamen Beigeschmack. Ja, weil du auch aus den Filmen es kennst, wann immer ein Avenger auf einen Fan trifft, wird das immer als cool dargestellt. Kleine Jungs, die sich für das begeistern, was die machen und dann irgendwelche Gadgets geschenkt bekommen. Aber ja, deswegen wirkte das so befremdlich. So, Frage an euch Jungs, sollen wir auf den Anruf von der Polizei drauf eingehen oder sollen wir direkt auf den Anruf von der Mutter übergehen? Weil ich fand den Anruf von der Polizei irgendwie, okay. Ja, sie weiß natürlich, dass ihre Wohnung abgebrannt ist. Was sollte mir jetzt diese Info von der Polizei, also, ich weiß dann, ich fand den Anruf ein bisschen komisch. Kurzer halt auch wieder Realitätsbezug. Von wegen, da muss ja was, das muss ja Folgen haben, wenn die Wohnung abgebrannt ist. Deswegen kurz dieser Anruf, ja, ist mir gerade nicht so wichtig. Okay, gut. Habe ich abgesegnet, so. Gut, dann kommen wir auf das Telefonat zu sprechen, wo Clint mit seiner Frau führt. Also, so habe ich es, wie gesagt, auch empfunden. Er schließt dieses Ronin-Kostüm in einem Gym ab, in so einem Umkleideraum. Und ich dachte mir ganz Zeit, bist du sicher, dass das so sicher ist da? Also, ich weiß auch nicht, wenn jemand das erfahren würde, dass da dieses Ronin-Kostüm drin steckt, dann kriegt das doch locker auf, oder? Ach, ich fand eher das schöne Detail, dass wirklich niemand weiß, dass er Ronin war. In den Comics ist ja auch Ronin von mehreren Leuten verkörpert worden. Das ist quasi so der Red Hood des MCU, wenn du es so willst. Das stimmt. Aber die Szene jetzt, wo ich auch jetzt gerade angesprochen hatte mit seiner Frau, also, da finde ich auch im Gespräch, also, ich finde, da hört man raus, dass sie immer noch zusammen sind, weil sie macht sich Sorgen um ihn. Er wird gern bei diesem Lebkuchenbacken dabei gewesen sein und sagt ja noch, in drei Tagen bin ich dann bei euch. Das hört sich für mich alles eher so an, als wären sie noch zusammen, weil du ja vorhin gemeint hast, du hattest so dieses Gefühl, dass sie auseinander sind. Man hätte es auch so interpretieren können, aber da hast du dann wirklich nochmal diese Verbundenheit gespürt und sie sagt, ja, komm, lass es nicht zu spät werden. Also, sie verteidigt ihn ja noch. Wäre das wirklich so eine geschiedene Situation gewesen, dann hätte sie ihn richtig angeblufft. Aber sie zeigt Verständnis. Ja, vor allem bei sie ja auch anscheinend um diese Identität von Ronin, ne? Sie macht ja noch so eine Anspielung von wegen, ist dieses Gefahrenstück oder dieses Kleidungsstück jetzt in Sicherheit verwahrt oder so irgendwie. Ich weiß das im genauen Wortlaut nicht mehr. Christoph, wie hast du das gesehen? Ja, die Szene an sich war jetzt nicht so herausragend diesbezüglich. Ja, ist die Frage, ob das Kostüm später nochmal wieder eine wichtige Rolle spielt. Aber wie auch die Szene davor mit den Lapers, der gesamte Kate-Bischoff-Plot in dieser Episode ist so unglaublich viel stärker als der Hawkeye-Plot. Also, das hatte fast schon was von, geben wir Hawkeye irgendwas zu tun? Muss ja in dieser Folge auch was zu tun haben. Es ist ja schließlich eigentlich seine Serie. Aber der eigentliche Punkt in dieser Folge, der den Plot vorangebracht hat, das war alles, was Kate betraf mit ihrer Mutter. Dann das Abendessen mit Antoine. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja. Antoine, okay. Ich hatte da sogar ein leichter Falcon and the Winter Soldier-Vibes in den Momenten, wo man nicht wusste, was mit dem Winter Soldier gemacht werden soll. Also, wo er quasi so die zweite Geige gespielt hat. So ähnlich hat sich das für mich da angefühlt. Weil man merkt, ich habe zu dem Punkt nicht viel zu sagen, weil es einfach auch so banal war. Aber die Folge nimmt halt dann richtig, richtig Fahrt auf, wenn dann Kate mit ihrer Mutter und dem Verlobten das Essen hat. Und sie fängt halt an, da nachzustochern, was seine Absichten betrifft. Vor allem mag ich den Moment, wo sie ihn dann vorführt und aus der Reserve lockt. Richtig. Ich fand dieses Fecht-Battle, was darauf ja raufkommt, fand ich auch schön inszeniert, weil man hier sieht, dass er, ja, spielen würde ich es nicht nennen, aber man sieht halt schon, dass er diese Fecht-Kunst hat, also mit Schwertern umgehen kann und sie mehr oder weniger gewinnen lässt, um seine, ich sag mal, seine... Seine Tarnung. Damit er seine Tarnung aufrichterhält. Vor allem, er stellt sich ja so extrem blöd an. Wenn er denn auch sagt, Molotow-Cocktail darfst du überhaupt schon trinken? Da habe ich mir schon an den Kopf gegriffen, wo ich dachte, mein Gott, kannst du nicht noch ein bisschen offensichtlicher den Blödian spielen? Ja, das hätte der Mutter auffallen müssen an dem Punkt. Also, er macht das ziemlich gut, weil sie verausgabt sich ja ohne Ende, um ihn bloßzustellen und er schafft es einfach weiterhin, die Fassade aufrechtzuerhalten. Aber der Molotow-Cocktail-Spruch, der war ein bisschen zu viel. Da hätte die Mutter schon merken müssen, also so unschuldig kannst du nicht sein. Richtig. Es kommt ja daraufhin auch wieder zum Gespräch zwischen Kate und ihrer Mutter, wo auch Jack dann wieder, nachdem er sich umgezogen hat, ja auch den Raum betritt und ihr dann gleich mal dieses Bonbon wieder anbietet, was du ja schon gemeint hast, dass das wird so der richtige Running Gag hier in dieser Serie. Aber sowas von. Ich tippe jetzt auf einen Bonbon pro Folge. Also, die Bonbons sind schon sehr präsent hier, das stimmt. Aber sowas von, also solche auffälligen Bonbons, das war halt das. Wie hieß diese Süßigkeit bei Falcon and the Winter Soldier? Lokum. Das ist das Lokum. Ja. Von Hawkeye. Ja, die nächste Szene. Hier sehen wir, wie Clint auf die Trainingsanzug-Mafia wartet und sie stülpen ihn ja noch so einen Sack über, wo er sagt, Jungs, ich kann durchschauen. Also, da merkt man halt, dass sie nicht so die Profis sind, die sie sich geben. Also, sie geben sich als Vollprofis und dabei haben sie dann einen Sack dabei, wo man durchgucken kann. Vor allem stellen sie sich, die beiden folgen echt nicht clever an. Das sind halt wirklich so diese Henchmen, diese Schläger. Und wir wissen ja dann am Schluss, wer diese Schläger befehligt. Aber da kommen wir gleich drauf. Ja, wir kommen erst mal zu der Sequenz, wo Kate, dann sagt sie, muss noch mal rausgehen. Und im Prinzip hat sie Hawkeye getrackt und fährt ihn jetzt hinterher mit einem Taxi. Richtig, möchte ihn retten. Und mit was trackt sie? Sie trackt ihn natürlich mit dieser Bishop Security App, wo man einfach nur die Handynummer eingeben muss und man weiß genau, wo der, das würde hier in Deutschland gar nicht gehen. Die App ist bestimmt der Traum für jeden Stalker oder Stalkerin. Tatsächlich, ja. Ja, vielleicht hat sie da, sie ist ja schließlich Teil des Unternehmens oder schon sehr bald die Nummer zwei in dem Unternehmen. Da hat sich vielleicht bestimmte Privilegien, die CEOs von solchen Unternehmen vielleicht öfters genießen. Also haben Möglichkeit oder Zugriff auf Technologien, die eigentlich so am Rande der Legalität sind. Also ich halte das jetzt gar nicht mal für so weit hergeholt, bedenke die Zeit, in der wir leben. Ja, ja. Oh ja. Genau, und dann gibt es auch wieder einen Umschnitt, nämlich zu Clint. Der wird nämlich verhört von diesen Trainingsanzug-Mafias. Was für Typ. Und ich finde das so Slipstick, wie sagen wir, Slipstick? Slipstick. Slapstick. Ja. Genau, Slapstick-Art so. Clint weiß ganz genau, dass die hier nicht das Sagen haben, sondern ein ganz anderer und veräppelt sie mehr oder weniger. Und das hat auch schon so ein bisschen wieder diesen Touch, wie damals die Natascha mit diesen Russen, wo sie verhört worden ist. Ja. Da hat sie die ja auch nicht wirklich für voll genommen. Und hier ist es so ähnlich. Also er nimmt die ganze Truppe, wo ihm rumstehen, nimmt er nicht so wirklich für ernst und reißt sogar auch noch die Handfesseln auf und so. Hey, ihr könnt mir gar nichts. Was wollt ihr mir überhaupt hier? Und spricht dann genau den eigentlich an oder möchte eigentlich genau den ansprechen, wo Patrick gemeint hatte. Den Henchman oder die Henchman. Und das ist schon wieder eine Verbindung zu Wilson Fisk. Es ist Echo. Richtig. Also. Da haben wir jetzt auch letztens getroppt bekommen, dass eine Echo-Serie, wird es eine Serie oder wird es ein Film? Das wird eine Serie. Genau. Genau, dass da eine Echo-Serie kommt. Also ja. Chris, weißt du, wer Echo ist? Überhaupt nicht. Deswegen bin ich da hellhörig, als du gesagt hast, eine Wilson-Fisk-Verbindung existiert. Also. In den Comics ist Echo quasi die Tochter von einem Menschen, der für Wilson Fisk gearbeitet hat. Und Wilson Fisk hat diesen Vater dann halt umbringen lassen. Kennen wir irgendwoher, ne? Irgendwoher kennen wir das. Ich glaube, in der Serie wird es dann eher sein, dass Hawkeye den Vater irgendwie, vielleicht auch 2012 aus Versehen, umgebracht hat oder nicht retten konnte. Aber in den Comics ist, hat sie halt eine große Verbindung zu ihm und sie ist hörgeschädigt. Sie ist Latina oder was ist sie? Ich glaube, es war Latina, ja. Ja. Sie ist am Anfang, ist sie auf der Seite der Bösen und sie switcht. Und das werden sie dann wahrscheinlich auch in der Serie machen, dass da dann so ein bisschen diese Läuterung stattfindet. Aber das ist schon mal interessant, dass wir hier jetzt so die erste richtige Verbindung zu Wilson Fisk haben, während das andere alles so nette Parallelen waren. Aber wenn Vincent D'Onofrio das schon twittert, dann wird er irgendwann vorkommen. Ja, also nicht nur dieses eine Mal, auch schon lange vorher, bevor diese Serie startet oder angekündigt wurde. Der hat da immer wieder Verweise gemacht. Komischerweise war er der Einzige. Also da kam nie etwas von Charlie Cox, der ja Der Devil gespielt hat. Aber Vincent D'Onofrio war immer ordentlich dabei, mit dem Gerüchte streuen und Anspielungen machen. Und wenn das so ist, dann freue ich mich wahnsinnig. Weil MCU-Serien in allen Ehren, aber ich muss sagen, die Der Devil Netflix Serie ist für mich die beste Superhelden-Serie, die es jemals gab. Hands down. Ich bin ein riesen Fan davon. Und wenn das wirklich so ist und Wilson Fisk steht da wieder auf einmal in der Hawkeye-Serie und fängt an mit einem seiner berühmten Monologe, als ich ein Junge war und fängt schon wieder damit an, dann werde ich ein richtig breites Grinsen haben. Wilson Fisk ist auch einer meiner Lieblings-Antagonisten. Also der hat wirklich eine Präsenz, der hat eine Wucht an sich. Richtig. Und wenn wir hier jetzt so seine Pseudo-Adoptiv-Tochter haben, dann wird das schon mal spannend. Und im Prinzip kann sie das, was der Taskmaster beim Black Widow-Film konnte, sie kann sehr intuitiv die Fähigkeiten durch bloßes Zuschauen erlernen und nachahmen. Also es ist auch wieder super interessant. Und wenn die Prognose stimmt, sehen wir nicht nur sie, nächste Woche ein bisschen mehr verstärkt, sondern wir kriegen auch Florence Pugh und dann können wir fast davon ausgehen, dass Dom bei uns vorbeischneiden wird. Definitiv. Ja, gut. Kommen wir aber mal wieder zu der Folge zurück. Eigentlich sehen wir nicht mehr wirklich viel. Wir sehen jetzt hier Kate dann durchs Dach. Also erstmal hört man Schritte. Das fand ich schon, oh Gott, wie deutlicher kann man noch versuchen einzubrechen oder reinzukommen. Ja, aber da führen sie es schön mit fort. Sie hat es halt noch nicht hundertprozentig drauf. Das haben wir in den Kämpfen davor gesehen. Deswegen ist das nicht einfach nur so ein eingestreuter Lacher. Es passt perfekt zu den Skills, die Kate an diesem Punkt der Story hat. Genau. Sie bricht dann durch die Decke oder durchs Dach und Clint ist halt total genervt. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht kommen oder sollst dahin bleiben. Richtig. Und dann werden sie auf so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Schaukeltiergeräte. Weißt du, wo man so drauf sitzt, wirft eine Münze ein und dann schaukeln die so. Wie nennt man die Geräte? Ja, die früher vor jedem Supermarkt gestanden haben. Richtig. Und da werden sie festgebunden mit Panzerband. Und dann wird halt diese Musik eingespielt, wo man jetzt diese, wie Patrick schon erwähnt hatte, ja, gezeigt wird oder eingeführt wird. Wo Echo gezeigt wird. Genau, wo Echo gezeigt wird. Die nämlich ihre Hand an die Box hält, um halt diese Schwingungen zu spüren. Genau. Ähnlich wie Daredevil. Also auch da diese Parallelen. Sie ist halt hörgeschädigt und sie spürt diese Schwingungen dafür deutlicher. Genau. Richtig. Ja. Und somit ist die Folge dann auch schon zu Ende. Ja. Genau. Teils, teils. Also diese Folge ist für mich, wenn wir jetzt zum Fazit kommen, ein Mixed Bag. Weil die Kate Bishop Storyline wird konsequent und hochinteressant weitergeführt bezüglich des, wie hat sie es zu Hawkeye gesagt, der Vater des Verlobten meiner Mutter. Und all das, das wird sehr interessant weitergeführt, was ihre Skills betrifft, was ihre familiäre Situation betrifft. Das war auf dem Niveau der ersten Folge. Aber alles, was sie wirklich mit Clint Barton in dieser Folge gemacht haben, das waren komische Entscheidungen und irgendwo auch Lückenfüller von wegen, bis an den Punkt, an dem die Trainingsanzug Mafia dich entführt, wissen wir irgendwie nichts mit dir anzufangen. Ja, ist richtig. Ich finde, ich finde das Einzige, was man beim, also hier in der zweiten Folge im Clint zuschreiben kann, ist dieses Genervte. Man, man merkt ihm dieses Genervte richtig an, dass er da eigentlich keinen Bock drauf hat. Aber ansonsten bin ich voll bei dir. Also man sieht ja definitiv die Geschichte von Kate weiterführend und auch schön auserzählen, also weiter auserzählend. Gott, ist das richtig scheiße. Auserzählt. Auserzählt. Ja, aber ansonsten fand ich die auch ein bisschen schwächer als die erste, ja. Aber gut, große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Also ich bin trotzdem super excited für die nächste Folge. Was sich da so alles anbahnt, ich kann's kaum erwarten. Richtig, das dachte ich mir tatsächlich, nachdem die Folge zu Ende war, auch verdammt. Und jetzt muss ich eine Woche warten, bis ich die dritte sehen darf. Also sie fixt eins schon an, weiterzugucken, aber war halt nicht so stark wie die erste. Ja. Nee, ich sag's mal so, die Sequenzen, die Clint Barton mit Kate Bishop hatte, das war wirklich cool. Da hat man wirklich so eine Bodymovie-Dynamik gespürt. Aber sobald Clint allein unterwegs war, da lief's halt irgendwie unrund. Ich hab mich da jetzt genug über die LARP-Sequenz ausgekotzt. Aber bei mir führt's diese LARP-Sequenz dann wirklich zu einem halben Punktabzug. Also da sag ich, wegen dieser Clint-Kate-Momente und wegen den interessanten Entwicklungen und weil Kate halt ein wirklich interessanter, bodenständiger Charakter ist, wären das bei mir auch noch drei Punkte. Aber dieser halbe Punktabzug geht halt wirklich an diese seltsam gefilmte LARP-Sequenz. Ja, ich werde dann genau die Hälfte geben, weil die Folge war gut in zwei Hälften eingeteilt. Eine war richtig gut, eine war richtig schwach. Also geb ich dann genau die Hälfte. Leider dann nur zweieinhalb von fünf Bonbons. Bonbons, ich hätte es gefragt, ob wir Plastik später vergeben sind. Beim nächsten Mal, was soll ich. Oder Rustanzug-Mafias. Ja, genau. Adidas-Anzüge. Ich bin da auch tatsächlich so zwischendrin, zwischen zweieinhalb und drei. Deswegen würde ich sagen 2,75. Ja, ich stuf jetzt auch auf 2,75. Das war halt echt zu unrund. Ich stufs auf 2,75 runter. Ja, gut. Dann waren das die ersten zwei Folgen. Hat mich sehr gefreut, Christopher, dass du zu Gast warst. Ja, hat mich auch so gefreut. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zusammen besprechen werden. Also ich freue mich auf jeden Fall. Aber ich denke, die nächste will auf jeden Fall Dom kommen. Wir fragen mal vorsichtig an. Wir schauen mal. Wir fragen mal vorsichtig an. Aber ich stehe natürlich weiterhin zur Verfügung. Genau. Patrick, natürlich auch ein Dank an dich, dass du hier die Recaps mit mir weiterführst. Immer wieder gern. Sag mal jetzt für alle Zuhörer und Zuhörerinnen wünsche ich euch einen schönen guten Abend, schönen guten Nacht oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann das hört. Und überlasse Patrick das Wort und danach darf Christopher noch das Endwort sprechen. In diesem Sinne, Patrick, du darfst. Verdammte Bonbons. Auch das Mikro ist so mächtig wie der Pfeil. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.